damit herzlich willkommen zurück zu pokémon advanced adventure letzte folge habe ich dir die zwei türen besiegt und jetzt werde ich dieses tyrann pokémon fangen zumindest hätte ich es versuchen und salemans was zur hölle was zur hölle wir haben was zur hölle passt ganz gut haben auf jeden fall bei bedroher ich dachte schon ich dachte ernsthaft schon nein und es wird wieder beim zweiten mal okay das ist schon echt nicht mehr lustig bisher jedes pokémon nein alter krass zu der head researcher auf der village of dragons okay ich dachte ich bin geil hätte ja sein können das müsste der typ hier sein war das die was nicht das war der genau du hast es geschafft du hast den dreck drachen besiegt ich wusste du kannst es schaffen das ist meine anerkennung ich fand dieses als ich in den bergen gesucht habe nimm es ich fühle ich glaube es wird sich wohlfühlen bei dir oder so ähnlich es ist gar nicht so gut ach ich vergaß ich habe vergessen dass zwei komisch aussehen die typen beim village erfahrter irgendwie lang gelaufen sind und irgendwas von einem extrem starken pokémon sie m m m m erstens habe ich jetzt ein ei das werde ich bis zur nächsten folge ausbrüten und dann mache es jetzt ja ich muss jetzt es dürfte nicht lange dauern und das kürzes umstellen ja das dürfte eigentlich nicht so lange dauern also auf jeden fall dieser schlüssel der also einer ist ja verloren gegangen es gab anfangs zwei und die sind für die häuser in dem dorf des wassers und da muss ich mir so ruhig rein geben ich denke aber ich werde das machen wie in der folge und in den save state setzen damit ich mir beides anschauen kann hoffentlich braucht es eigentlich mehr ganz so lange man hört das bestimmt die ganze zeit ne ich meine hier ok das ist natürlich unvorteilhaft na komm wir machen sogar hier ist hier genau da steht sie dann weg ich mache es genau hier es ist fast fertig es schlüpft endlich als ob das jetzt ungefähr drei minuten als ob jirachi keine ahnung was ausspricht er ist gesagt der 1 oder fünf früher als bis zur dritten generation was in fünf es ist ja theoretisch platz im team freie aber ich glaube den gebe ich lieber einem anderen pokémon und zwar hier bisher habe ich alle herrscher pokémon außer das erste ich will mir den bericht anschauen krass doch also pflanzendrache ok muss ich jetzt wieder mal zack und dann geht es jetzt wohl zurück dann ist hier wahrscheinlich der achte orden und hier der pokémon hq genau ok also ich habe die wahl hier rein zu gehen ok da speichert euch das schnell ab und dann ist hier das ist das was ich denke ja es ist der schlüssel genau ja 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 Ach, das ist was größeres. Okay, hier ist es Ho-Oh. Ähm, 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 jetzt werde ich schauen, was es da drüben ist. Mann, was mache ich denn? Ah, zum Glück ist mir das jetzt begegnet, ich wäre schon wieder da drauf. So, 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 so. Ob das einen Unterschied macht? Ja, ja. Ach man, man kann nur hier rein. Ja, das ist ja so, 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 so. Ähm, jetzt wirst du niemals... Jetzt wirst du niemals die andere Tür öffnen können. Was? Ähm, wir müssen schnell flüchten, sonst... Er hat's nicht gefangen bekommen. Also... Man kann festhalten, dass egal, was man nimmt, man hat's falsch gemacht. Loll. Alter. Äh, 45 bloß. Ah, nicht bitte. Ich hasse es, wenn legendäre Pokémon Recover haben. Nein. 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 Wir müssen einfach nachdenken. Gott ist das so, wenn du nicht zu nehmen kannst... Kann man nix machen. Habe ich halt n' Doogie ja weniger. Äh, ich könnte jetzt zurücksetzen, aber... Ich glaube, ich hätte sowieso nicht mit uns Team genommen. Was sagt der andere Team jetzt eigentlich? Ähm... Ja. Das ist natürlich schlecht. Aber... Ich... Ach ja, stimmt. Ich kann ja jetzt hier... Ähm, vorne nur zwei. Hier unten lang. Und vielleicht sogar hier lang? Ich geh nochmal... Ach nee, geht's gar nicht lang. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier war. Ja, auf jeden Fall... Da muss ich jetzt wahrscheinlich hier runter. Hallo? Ja, ja. Ich kann mich noch mal auf jeden Fall fahren. Ich kann mich noch mal auf jeden Fall fahren. Ähm... nein was mache ich denn ganz ehrlich denke ich noch mal hoch entscheiden ist ja direkt hier der party geht zwar schon 15 minuten aber ich weiß nicht ich bin es jetzt einfach ist ein ganz gutes ende ich hab gerade luia besiegt und dann bis zum nächsten mal tschüss